Na gut, ja, okay, es scheint, also, sollen wir ihn einfach rufen? Äh, wie wird's damit? Hallo, Herr Gärtner, kommen Sie mal raus aus Ihrem Versteck. Die Buche hat ganz viel Unkraut, es gibt was zu tun. Der Garten ruft nach mir! Nein, wir haben noch die, äh, nein, wir haben noch die gerufen. Was? Wer? Fremde? Also, es ist egal wahrscheinlich, wo man die Dinger reinsteckt, ne? Er hat natürlich keinerlei Schwächen, logisch. Oh, Bleeding. Äh, okay, ich wollte ihn jetzt gerade stärker nehmen. Bleeding. Ah, ich will gar nicht wissen, wie oft der schon wieder mich angreifen wird. Äh, wie oft der sich wieder regenerieren wird. Ja, da war schon mal das Erste. Ah, er pflückt gar nicht mehr, ne? Geh, benommen halt. Scheiße, Alter. Das ist einfach nur krank, was der jedes Mal macht, der Kollege hier. Also, ich hab noch nie im Leben jetzt den Gärtnergarten besiegt. Wow. Schau zu und lernt. Werde nicht übermittelt, junger Mann. Schon gut. Gönnen wir unserem großen Jungen seinen Moment des Ruhms. Äh, gut gemacht, Leute. Henry, wir haben den Schlüssel. Jetzt können wir die Anstalt betreten. Was? Das war der Kampf gegen den Gärtner? Ah, das war ja lächerlich. Ah, das war ja noch nicht mal anstrengend. Blumentarnis-Zeile. Was? Nein, wirklich? Das war's? So, wir sind drin. Wohin? Jetzt, kleiner Mann. Ich erinnere mich nicht. Äh, was soll das heißen? Du erinnerst dich nicht. Dieses Gebäude ist riesig. Warum fragen wir nicht an der Rezeption noch den Weg? Wovon redest du da? Schau doch selbst. Ja. Da ist jemand an der Rezeption. Wir können es versuchen, aber wenn was passiert, ist es deine Schuld, Chester. Oh, wie passend. Ja, okay. Ah ja, okay, hier ist ja der Safe-Spot. Also, das ist ja, ist ja traurig. Das war tatsächlich der Gärtner? Ah ja, okay. Hallo. Äh, guten Tag, Mr. Luis. Was? Was? Haben sie heute aber Freunde mitgebracht? Was? Was hast du uns ausgetrickst? Warte, ihr habt doch gar nicht... Amon hat sie keine vorliegen Schlüssel. Das ist alles Teil von Luis, beeinflusster Unterseiter. Das ist der kleine Kerl, das ist der Teil von Luis. Also denke ich, dass die Dämonen hier ihn als ihren Meister sehen. Kann ich Ihnen etwas beibringen, äh, Mr. Luis? Mimir. Super, das können wir ausnutzen. Endlich sind wir im Vorteil. Äh, wie können Sie uns helfen? Wie funktioniert das hier alles? Woran sind Sie genau interessiert? Warum haben die Schatten hier andere Farben? Ja, erzählen Sie uns doch über den Aufbau der Anstalt. Wir befinden uns jetzt in dem Zentrum der Anstalt. Im linken Flügel sind die meisten Patienten untergebracht. Dort wird die Behandlung durchgeführt. Im rechten Flügel ist hier hauptsächlich das Personal untergebracht. Dort finden sich die Küche, die Duschen und die Lagerräume. Im zweiten Stock befindet... Ach du Scheiße. ...befindet sich das Büro von Mr. Luis. Ihr Büro. Nicht meins, das ist vom großen Luis. Äh, warum haben die Schatten hier andere Farben? Schatten? Dies ist eine medizinische Einrichtung. Es gibt Patienten und es gibt Personal. Ich gehöre natürlich zum Personal. Unsere Patienten sind extrem gefährlich. Also seien Sie bitte vorsichtig. Okay. Äh, wie können Sie uns helfen? Ich kann Besorgung für Mr. Luis machen. Egal was. Alles, was in meiner Macht steht. Dann besiegen Sie den großen Luis. Treiben Sie den Dämon aus ihm heraus. Nein, ich muss ihn konfrontieren. Ich alleine. Ich gehorche nur Mr. Luis. Dann gib mir ein Eis. Gib es ihm ein Eis. Aber nur eins. Sofort, Mr. Luis. Cool. Okay, Herbert. Äh, okay, Herbert. Du wirst offiziell von Lama-Typ zu Dufter-Typ umgestuft. Wer ist denn Herbert? Re-vi-vi-ve-ve-va-recks. Äh, ich hab' vergessen. Ne, zweiter Stock ist Mr. Luis. Das ist also... No, no. Nur Personal. Also hier ist auf der Karte eine Tür eingezeichnet Ganz obvious ist hier eine Tür auf der Karte eingezeichnet Aber ich denke oben ist Mr. Louis Heindringlinge Unbekannter Schlüssel Schwerterich Schwerterich Nein, 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 sorry Abbrechen Er blutet ja schon Da können wir ja auch wie normalen Angriffe machen Was kann der? Alter Bruder, was ist denn mit dir los? Der knallt uns hier aber ordentlich mal von Latz Mann, es ist so unfair dass die doppelt angreifen dürfen immer Ich wäre gut, der ist eins gegen vier aber So, das war's wirklich noch schon Den hätten wir auch nicht fangen können Aber hier ist doch Mr. Louis ich will nicht gleich den Bosskampf haben Oh Rezeption Ich sollte hier nicht sein, oder? Ich sollte eigentlich erst mal unten gucken Äh, wir sind bei dir angemeldet Äh, ja, natürlich sind wir angemeldet Wir organisieren den Familientreffen Lassen Sie uns durch Mr. Louis empfängt im Moment keine Besucher Sie haben ihn nicht Äh Sie haben ihn nicht mal gefragt Das ist ungeheuerlich Ich werde mich beschweren Nur zu Was müssen wir tun, um zu Mr. Louis zu kommen? Äh, wisst ihr Mr. Louis muss sich gesünder ernähren Er arbeitet zu viel und vergesst oft zu essen Ich lasse euch rein wenn ihr ihm sein Mittagessen bringt Sprecht mit dem Koch im rechten Flügel Er kocht für die Mitarbeiter Er hat die leckersten Frikadellen Jo, gut, wir könnten ihn auch oder sie oder es auch angreifen Aber im rechten Flügel Ich komme hier nicht durch Ich bin so hilflos Scheiße, wir müssen hier erstmal kämpfen gegen El Doktorand So, jetzt bin ich da, wo ich hin will Ähm, stellte P wieder her Ja, komm Hier komme ich aber weiter, oder wie? Einbringlinger Ah ja, alles gut Vorwimm Ach, du heilige Scheiße Lombok Kämpfer Hirnblüm Unterstützer Ammonit Hexe So, Stärke Ah, Stärke reduzieren Alle ist natürlich blöd Ich mache mal eine Kiffwolke auf alle Naja, immer in einer Bleeding, sehr gut Dann können wir hoffentlich hinten das Vieh schon mal töten Alter, what? Ah Alter, Schwede sind die krass Alter Oh mein Gott Scheiße, das wollte ich nicht Boah, und die hinten sind auch halt so krass Die halten halt auch Na okay, der hat jetzt nicht mal Standbehalt Alter, haut der rein Oh mein Gott Okay, das ist sehr geil Äh, ich muss unbedingt gucken Dass ich den hier vorne fange Alter, also der Typ hier ist Also der hinten, der Der ist der absolute Oberburner Man, ich muss den hinten töten Alter Oh mein Gott Oh Gott, ist der krass Alter, Schwede Scheiße, Alter Okay, ich meine Alle Level ab Aber bei den Gegnern Ist das glaube ich auch Fast verwunderlich Oh, sehr gut Oh, Schocken Finde ich sehr gut Alter Verwalter WTF Sind die Gegner hier gut Bananachip Pfeffi Bongbong So, ich gehe jetzt mal so weit Wie Oh no Ich nicht kämpfen muss Ah okay Hier sind anscheinend die Patienten drin Beschlossen Kannst du bestimmt mit einem Dienstag öffnen Oh no Sag nicht Ich brauche hier für jedes einzelnen Dietrich Alter Da sind ja immer Gegner hinter Freie Jonny Freie Jonny Finde Jonny's Spur Was Okay Ich gehe noch mal ganz kurz raus Äh, hier oder was Jetzt muss ich wieder reingehen Aber hier ist doch noch schon Jonny, oder Okay, ich verstehe es nicht so ganz Und Jonny ist links Ach, das ist eine Tür Oh man Alter, das erkenne ich Jedes Mal nicht Okay Herrlich Also hier ist auf jeden Fall Jonny Ich brauche einen Schlüssel Äh, Dietrich Oh ne Ich gehe jetzt immer so rein Äh Jo Boah, der Kacke Eigentlich müsste ich kämpfen Äh Kann ich mich nochmal heilen Ah, ich bin ja aufgelevelt Mit allen, ja Ich mein, gut, hier kann ich halt nichts gewinnen Außer Dämonen Hallo Sie sind nicht der Koch, oder? Dingsucher? Scheiße, Alter Ey, ihr wart aber schlecht gegen das hier Okay, ich muss erst den hinten töten Dann kann ich versuchen Vorne die vier Äh, die drei alle Äh, zu fangen Nein, er lebt noch Ey, sag mir nicht, er hat noch einen oder so Ach, 13 Oh, ja, ich hasse es Guck mal, ob ich die drei Jetzt hier alle Zu Boden bekomme Oh, Alter, die Fett sind nur rein Kommt schon alle Yeah, geil So, ich würde gern Alle bändigen Äh Gut, dann können wir einen töten Falsche Tasse gedrückt Ja, gut, ich glaub, er wird noch überleben Oh, auch grad so Alter Alter Oh, der Wein So, ein Dämon gebändigt Er ist Wahrscheinlich bei ihm sind Magie und Ausdauer 13 und 10 Äh, ja Ja, macht bei ihm Sinn Gut, ich weiß zwar nicht, ob ich hier mit Magie weit komme Bei Chester, aber Naja Immerhin haben wir den Dämon So, ich weiß, ich muss mal links eigentlich Aber ich Komm, wir gehen erst mal Richtung Johnny Ich glaub, da war Oh, no Da war, glaub ich, noch genug zu tun Boah, Alter Wahrscheinlich kann man hier richtig aufleveln Er hat mir gesagt Du sollst da reingehen Mit dem Patienten Eine Lektion erteilen Was hat er denn getan? Das spielt keine Rolle Äh, wenn ich sage Das, äh, sollst Tun, der Passant Tust Ich hab ne Wahl Und ich kann keine Wahl treffen Ohne das zu wissen Meine Worte sollten dir ausreichen Geh Und benutze den verdammten Taser Jetzt wirst du dir noch jemanden Sonst wirst du noch jemanden an dir ausprobieren Achso Sonst wird ihn noch jemanden an dir ausprobieren Okay Das ist, äh, nicht lustig Hallo Ah, nein Ich hab gedacht, die stehen einfach nur rum Naja Was ist denn das für eine Taube jetzt hier? Oh, boah Giftresistent Nicht vorhanden Okay, ja Schönen Pokémon hier Okay Ja, eigentlich müssen wir jetzt die Taube besiegen Aber ich würde die Taube mehr Gerne Fangen Gut, dann greifen wir erstmal normal an Ah, hier sind Eulon Hätte ich gern schon, ne Den finde ich echt geil So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie Ah, ich hab zu wenig Scheiße Ähm, wie viel HP hat die denn? 252 Was tut er mit Blitz mittlerweile? Jocken Ich jocke einen Gegner Oh, ist gejockt Na, schade Das wollte ich eigentlich nicht Oh, das Ding lebt noch Nee, das ist Quatsch Können wir normal angreifen, weil das Ding ist gleich tot Hm How do I get a Pigeon? Oh, eben die Winde Bist du dafür anfänglich? Naja, auf jeden Fall Ja, ist normal Not about me Benommenheit Eishagel Also bekomme ich das Ding auf den Boden Hm Alter, untot Ja, das wäre aber trotzdem Auch überhaupt gar nicht effizient Ja, da Ich weiß nicht, wie ich die Bändigen soll So, wir gehen erst mal Dem Hauptweg nach Oh, scheiße Ich muss schon wieder kämpfen Ah, ich werde hier nicht durchkommen Aus Gegenstände Der TAP wieder her Oh, ich bin so tot, Alter Das werde ich auch eine SP herstellen So, jetzt sollte ich erst mal wieder Gegen den zumindest durchkommen Hallo Hallo Wir seid ja eigentlich Ich mach euch nicht auf Verschwindet Äh, okay Äh, fuck you Hallo Ah, guck mal Hier können wir eine Abkürzung nehmen Pfeffi-Bong-Bong Maschinenbau-Dyder Ah, unterirdisch Werde ich hier eine Abkürzung Also, nicht eine Abkürzung Abkürzung ist übertrieben, weil der Weg ist Sehr viel länger Eine Umgehung Finden können Da oben ist bestimmt, ja Auch noch eine Kiste Die werden wir uns noch holen Hallo Danke Schrott Oh, drei Dollar Geil Geht's hier weiter? Nein Warum sollte ich hier unten sein? Äh, gibt das Sinn? Weil jetzt gehe ich noch weiter nach unten Ah ja, hier links geht's noch weiter Speichere Daten Verschlossen Nein Ich hab kein Dietrich No Äh, hier geht's nach oben? Was? Äh? Ah, no Mh, die Kiste wird der Geheimgang sein Scheiße Kann man sich eigentlich schnell zurückteleportieren? Ne, ne Ich muss zurücklaufen Ach, das ist ja kacke Schade Dann müssen wir uns erstmal Einen Dietrich basteln Dann müssen wir leider Nochmal Nach Hause Und basteln uns Einen Dietrich Hallo Ob wir denn nicht kämpfen? Na gut Schade Gibt's irgendwie keinen Ort Wo ich schnell speichern kann Also Nicht schnell speichern Sondern Hauptspeichern Jo Alles klar Ach Mir sind auch nur manche offen Warum sollte ich hier reingehen? Verschlossen Ja, ja, ja Warum sollte ich das machen? Also außer um zu kämpfen Ich mein, wir können ja mal aus Spaß gegen einen kämpfen Okay, hier ist nichts Aber wie gesagt Es Ergibt sich für mich irgendwie nicht Der Sinn Warum ich das machen sollte Außer für XP Und für neue Dämonen Aber ansonsten Wüsste ich's nicht So Back to Bloom Town Dann werden wir Uns Noch Schnell Ach, kann man nicht Ich muss mir das aufschreiben Ich glaub, ich werd jetzt die Aufnahme für mich beenden Äh Die Ich Machen So Meine Lieben Dann kommt erstmal gut durch den Nachmittag Und wir Sehen uns morgen wieder Bloom Town Ja Folge Weiß ich nicht 36 oder so Wird schon schlimm Bis dann Ums D Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann nis